Willkommen mal wieder zu Doom Back to Saturn X2, Map 18, ja und dann würde ich mal sagen, schwaffeln wir gar nicht rum, sondern legen einfach mal los, in der Hoffnung, dass das mal wieder eine normale Map wird, weil die bei den letzten, die waren ja eher so nicht so ganz normal. So, hier werden wir gleich schon einfach anbeschossen, das heißt, wir gehen gleich mal hier in unsere Parkposition. Wow, danke dafür. Hä? Alter, wie stehen wir denn hier? Ach, wie schade. Ihr sollt mich doch ruinieren. So, okay. Wie soll ich das denn eigentlich? So. Oh, dort, 43 Gegner, also wieder eine normale Anzahl, mit der man auch leben kann, wo man sich nicht wieder verarscht fühlt. Wollte ich sagen mal so, eine Anzahl von 0 Gegnern oder 50 Gegner ist das nicht gerade eine Map würdig? Okay. 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 Übrigens, hört ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir Back to Saturn X2 auch einfach mal komplett mit, also wenn wir hier mit Doom vor Doom durch sind, dass wir dann quasi nochmal Back to Saturn X1 und X2 nochmal spielen, aber mit Brutal Doom oder mit Project Protality. Wobei ich mittlerweile Project Protality gar nicht mehr spiele, was aber nicht daran liegt, dass ich es nicht mag, sondern das ist irgendwie in der Entwicklung, das geht da ganz schön langsam voran und ich möchte halt wirklich warten, bis endlich mal die finale Version von Brutal Doom, äh Project Protality 3 draußen ist, aber irgendwie dauert das mal ganz kurz. Boah, alter. Wow. Sehr hoher Säuregehalt hier in der Luft, kann das sein? Wow, what the fuck is going on? Wow. Wow, alter. Wow, komm mir nicht zu nah am Miststück. Ich mach dich gönnert, Herr Lach. Ich schwör's dir. Oh, alter. Wie viele denn noch? Kann ich hier irgendwo hin, wo ich wissen, was reißen kann, ohne hier direkt ins Kreuzfeld zu geraden? Oh, alter. Zum Glück gibt's hier diese Einbuchtung, hier kann man sich immer gut verstecken. Oh, alter, muss ich mich verraschen. Was? Ich will grad hier kurz gucken. Hä? Krass, alter. Boah, jetzt reicht mir so, aber langsam. Digger, teleportieren sie jetzt... Teleportieren sie sich schon wieder überall rein, oder was? So, jetzt mach ich aber ein bisschen Deadline. Diggeronimo! Hallo, ich war dir grad... Ah, Alter. Ah! So, komm mal. Danke. 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 Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt überhaupt wirklich hin? Arschweil gegen Arschweil. Okay. So, jetzt nichts mehr. Dann gehe ich mal ganz freudig hier rein. Dann bin ich wieder hier. Okay. 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 Holy fuck. 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 Okay. Okay. ... 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